Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge düstere Applaus-Sichten wie fast immer mit dem guten alten Lazy Luke. Schönen guten Tag. Ja moin moin, guten Tag in die Runde. Wir sind wieder zusammengekommen, um ein bisschen über Seltsamkeiten zu sprechen. Bevor wir loslegen, danke ich wie immer den Patreons für den Support. In diesem Fall kommt das Thema nicht aus den Patreon-Kreisen, beziehungsweise so indirekt. Das Thema kommt eigentlich ein bisschen von Pavel, das wir heute besprechen wollen. Aber nichtsdestotrotz haben in der Vergangenheit die Patreons sich auch da doch als fruchtbar herausgestellt, was die Themen angeht. Und insofern erinnere ich noch mal, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, wenn euch gefällt, was ihr hier hört, zieht es doch in Erwägung zu uns zu kommen. Auf den Patreon-Server hätte ich jetzt fast gesagt. Ich meine natürlich auf den Discord-Server. Da haben wir nämlich unsere kleine Gruppe mit den Patreons. Und das ist eigentlich immer ganz nett. Ich war jetzt letzte Zeit etwas inaktiver die letzte Woche, weil ich unterwegs war. Aber normalerweise bin ich da auch ziemlich viel anzutreffen nach Möglichkeit. Also, wen das interessiert, schaut in die Infobox. Da findet ihr einen Link. Und damit würde ich sagen, steuern wir mal auf das Thema zu. Denn es ist natürlich mal wieder Zeit, ein bisschen über Bigfoot zu reden, nicht wahr? Ja, ich wollte jetzt gerade auch mal fragen, ist das denn eigentlich, wenn du dich festlegen müsstest, so dein Lieblingsthema? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es innerhalb der düsteren, düstere Plauschichten des Oeuvres sozusagen immer dein Herzensangelegenheit. Vielleicht sogar noch über oder gleichwertig mit UFO-Themen sozusagen. Also, ich würde nicht sagen, dass es mein Lieblingsthema ist. Aber es gehört zusammen mit dem UFO-Phänomen schon zu meinen Lieblingsthemen. Ich weiß gar nicht so genau, woran das liegt, ehrlich gesagt. Fasziniert mich einfach. Ich glaube, an Bigfoot fasziniert mich die Verbindung von einerseits gibt es Leute, die einfach felsenfest davon überzeugt sind, es hier mit einem unentdeckten Tier zu tun zu haben und dementsprechend agieren und suchen und was auch immer. Und andererseits gibt es auch sehr viele Leute, die ihre Erlebnisse mit diesem was auch immer so beschreiben, dass man eigentlich davon ausgehen muss, dass das auf keinen Fall ein natürliches Tier sein kann, weil es dafür viel zu seltsame Eigenschaften hat. Und diese große Bandbreite, das finde ich erstmal per se interessant. Und davon abgesehen finde ich dann auch noch Überschneidungen mit Poltergeist-Phänomenen und so weiter und so fort. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen. So Einzelaspekte, sage ich mal. Sehr interessant, weil hier wiederum am Bigfoot eventuell sichtbar wird, wie verschiedene Bereiche, die man sonst vielleicht erstmal im Kopf stark voneinander trennen würde, womöglich eventuell doch miteinander zusammenhängen. Ich habe das ja auch schon oft mit Vladislav Raab thematisiert oder das heißt oft mehrfach zumindest. Und ja, vielleicht hat deswegen Bigfoot tatsächlich so einen kleinen Sonderstatus bei mir. Das stimmt schon. Aber gemeinsam mit dem UFO-Phänomen würde ich sagen. Also wenn man mir jetzt die Pistole auf die Brust setzt, was aus dem ganzen Konglomerat mich am meisten interessiert, sind die beiden schon dabei. Ja, vielleicht reicht das als kleine, kleine Antwort. Ja, mich würde, mich würde auf jeden Fall dann auch von den ZuhörerInnen interessieren. Schreibt das in die Kommentare, was ihr, wenn ihr drüber nachdenkt, die, die Bigfoot-Fans sind, was euch, warum ihr sozusagen euch daran so festbeißt. Ist das denn auch so ein Kindheitsding? Weil ich finde, das ist eine, eine Sache ähnlich wie meinetwegen, ja, UFOs eigentlich auch. Und vielleicht sowas wie Bermuda Triangle hatten wir auch schon, das Bermuda Dreieck. Das sind so Sachen, die man irgendwie in der Kindheit schon mitbekommt, finde ich. Bigfoot und Yeti. Das stimmt. Das früh, frühe Begegnung. Und das ist ja auch irgendwie, zwar dann vielleicht als kleines Kind was Gruseliges, aber es wird einem sozusagen von den Eltern zugetraut, damit fertig zu werden. Also ich habe immer das Gefühl, das ist, wird dann auch meinetwegen in Comics, in der Popkultur früh, hat man da Begegnungspunkte. Das könnte auch natürlich auch ein Grund sein. Und meine zweite Theorie, ich bin, bin noch nicht fertig mit der Küchenpsychologie, das, das sollte mir Pavel auch noch beantworten. Ihr seid ja auch beide eher so Outdoor-Burschen, würde ich jetzt mal so sagen. Ich bin ja, bin ja, hocke ich ja immer in der Bude meistens. Und, äh, das ist jetzt so mein Blick auf euch, dass ihr natürlich auch, äh, ihr seid im Zweifel eher, äh, für die Wildnis statt für die Stadt. Ja. Oder anstelle einer, einer, einer zivilisierten Großstadt. Und das dann, ähm, das ist einfach so dieses... Das ist zivilisiert und Großstadt, das passt für mich gar nicht zusammen. Das habe ich jetzt extra so gesagt. Aber die, der Urwunsch sozusagen drin besteht, den Kontakt zur Natur nicht zu verlieren. Und ihr wollt einfach dieses, das letzte Fünkchen, was noch unbefleckt ist von, ähm, was, was Wildes, was Ungezähmtes, da zieht es euch hin, sozusagen im Unterbewusstsein. Das ist meine, meine küchenpsychologische Analyse. Aber wir können ja ganz am Ende noch mal darauf, darauf kommen, ob das, ähm, äh, auch da möchte ich noch eine Zusammenfassung zu dem Statement von Wladyslaw Raab haben. Ähm, wenn wir da, wenn sich die beiden, ja, äh, Sphärens vielleicht so verbinden, ähm, da kommen wir noch mal drauf zurück. Das ist ja auch ganz am Ende, sagen, des Materials, was wir uns angeschaut haben, wird das ja noch mal erwähnt. Welche, welche Erklärungsansätze es gibt? Also den, das finde ich ganz, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Du hast ja recht, ich bin tatsächlich ganz gerne draußen. Und auch wenn ich die Stadt jetzt nicht so hasse, wie ich hier vielleicht manchmal scherzhafterweise tue, ist es definitiv so, dass ich mich innerhalb von Städten sehr viel unwohler fühle als außerhalb von Städten. Und ja, vielleicht hast du recht, vielleicht schwingt da so ein bisschen so unbewusst irgendwie so ein Verbundenheitsgefühl oder so mit, keine Ahnung. Oder was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass mich die Settings, die Szenarien, sage ich mal, solcher Begegnungen natürlich auch oft interessieren. Es gibt da ja das verschiedenste, was sich so wiederholt. Irgendwelche Jäger natürlich, die durch den Wald pürschen und da irgendwas dann erleben. Oder Leute, die auf einsamen Straßen manchmal auch gar nicht so einsam unterwegs sind und was vom am Wegesrand sehen Richtung Bigfoot. Und aber natürlich auch der, einer der Klassiker, zumindest in meinem Kopf, sehr viel seltener sicherlich, aber doch wiederkehrend. Das Setting eines mehr oder weniger einsamen Farmhauses, sage ich mal, das dann irgendwie ja fast schon belagert wird von irgendwelchen seltsamen Wesen. Und gerade letzteres Setting finde ich irgendwie, ich weiß auch nicht, dass ich kann es auch tatsächlich nicht so richtig verbalisieren, was daran, aber irgendwie finde ich das super faszinierend. Diese Vorstellung, da ist eine Familie so mehr oder weniger auf sich gestellt, umgeben von Wildnis in Anführungsstrichen. Ja, es ist natürlich oft auch ein bisschen relativ zu sehen, aber haben wir schon öfter geführt, die Diskussion, was Wildnis so bedeutet in den USA und hier. Aber dennoch unterm Strich, irgendwas reizt mich daran. Und vielleicht hast du jetzt mit deiner Küchenpsychologie da den Nagel auf den Kopf getroffen, dass das tatsächlich dran liegt, dass ich einfach gerne draußen bin. Wäre natürlich lustig, wenn es so wäre. Und hier bei diesem Fall, kommen wir mal zum konkreten Material, sage ich mal, da kommt natürlich noch was zusammen. Es kommen sogar auch deine Lieblings, fast würde ich jetzt sagen, so deine Ära, deine Lieblings-Ära trifft auch noch auf diesen Kontext Bigfoot und Wildnis, Farm, haben, nämlich die 70er Jahre. Also wir haben jetzt hier einen Fall aus 1975 nämlich. Das würde ich jetzt auch noch mal mit reinnehmen, dass das dir auch schon angenehm vorkommt. Ich weiß gerade gar nicht, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, haben wir eigentlich inzwischen schon, ist das der dritte, dieser derartige Fall oder der zweite, den wir besprechen, bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ich meine aber, wir hätten auch, sind nicht das erste Mal in den 70ern oder zumindest waren wir mal in den 80ern mit was Ähnlichem. Also ja, auch da hast du recht, auch die Zeitepochen finde ich jetzt noch zusätzlich spannend. Aber die meisten Leute sind wahrscheinlich etwas weniger nerdig, was Zeitepochen angeht als ich und interessieren sich tatsächlich mehr fürs Monstergeschehen. Deswegen dein Hinweis konkret zu werden, absolut richtig an der Stelle. Und du hast schon das Jahr genannt, wir sind in der Mitte der 70er mehr oder weniger, 1975, gehen die Geschehnisse los. In Klammern, wenn man es genau nimmt, haben diese Familie, über die wir gleich reden, auch davor schon ein, zwei Seltsamkeiten erlebt, hat zumindest der eine Sohn mal niedergeschrieben. Aber darum soll es heute nicht unbedingt gehen. 1975 geht es los in dem Sinne, dass es wirklich massiv wird. Wir bewegen uns in Kentucky und zwar im Westen Kentuckys. Ich schreibe den Namen sicherlich auch in die Infobox irgendwo mit hin, bzw. irgendwo unter das Video. Der Name, den diese ganzen Ereignisse, sage ich mal so, bekommen haben in der Presse, ist Spotsville Monster. Und da ist tatsächlich ein Ort namens Spotsville. Aber eigentlich hat die Familie nicht in diesem Ort gewohnt, sondern noch ein paar Kilometer weiter nördlich tatsächlich relativ einsam gelegen. Ich gucke mal, ob ich das hinbekomme, die das Google Maps mäßig zu verlinken. Vielleicht mache ich es mir sogar die Mühe für YouTube zugeschalteten, da einmal eine kleine Karte einzublenden. So oder so, wir sind im ländlichen USA, in den ländlichen USA, aber wir sind nicht wirklich in Wildnis, Wildnis USA. Vielleicht noch ein Gedanke dazu, wenn jemand das nachguckt auf der Karte. Ich gehe natürlich trotzdem schon davon aus, dass das Mitte der 70er, denke ich mal, auch noch etwas ländlicher war, als es heute von oben erscheint. Ja, und man hat natürlich diese Größenverhältnisse wieder in den USA. Ich gucke mir das jetzt, wenn ich rauszoome. Wir haben also den Norden von Kentucky, darüber ist Indiana und Illinois, sind dann trotzdem nochmal, ja, würde ich jetzt so schätzen, rund 500 Kilometer südlich von Chicago. Und man hat, ja, Nashville rund 200, 300 Kilometer südlich, St. Louis von Missouri 200, 300 Kilometer westlich. Also es ist trotzdem dann irgendwie verloren, mehr oder weniger, gerade wenn wir aus unserer Perspektive das betrachten, schon sehr wild. Und ja, in den 70er natürlich dann natürlich auch noch weniger erschlossen am Green River gelegen. Und da ist auch ordentlich Waldgebiet und war sicherlich, wenn nicht sogar mehr damals vorhanden. Green River und der Ohio River auch nicht fern. Da bewegen wir uns also. Würde ich gerne mal, habe ich schon oft erwähnt, so fürs Zeitgefühl eine kleine Mini-Zeitreise mal hin unternehmen. Aber das wird mir wohl nicht mehr gelingen in diesem Leben. Wir haben diese Familie, die dort hinzieht, aus einer nicht so entfernten Stadt, nämlich Henderson. Und die ziehen dahin, um im Wesentlichen Landwirtschaft zu betreiben, beziehungsweise genauer der Vater namens Red, übrigens wie der Vater aus, ähm, äh. Die wilden 70er. Die wilden 70er, genau. Ich wusste es, dass du das da auf, äh, das ist ja, das fand ich auch zu witzig, weil, äh, ich bin jetzt nicht so ein extremer Fan. Hier, Achtung, Serien-Tipp sozusagen. Deine, eine deiner Lieblingsserien. That 70s Show im Original, die wilden 70er. Und, äh, dass der auch noch Red heißt, das passt natürlich. Und so stelle ich mir dann auch sofort, äh, vor. Weil hier steht auch Tough, Intelligent, No-Nonsense-Type-Fellow. Also jemand, der, äh, äh, das passt, ja. Das passt ja wie die Faust-Auge zu dem anderen Red. Ja. Das ist, das, genau, da, da musste ich nämlich auch dran denken. Die Charakterbeschreibung passt in der Tat ganz gut. Ähm, der hatte aber auch seine Frau dabei, Rose. Und dann noch sechs Kinder. Plus im weiteren Verlauf, zumindest so wie ich das verstanden hab, noch einen erwachsenen Sohn sozusagen mit Kleinfamilie. Also, ähm, da war schon, waren eine ganze Menge Leute dann zumindest zwischenzeitlich auf diesem Grundstück und haben da gelebt. Ich weiß grad nicht, hab ich eben erwähnt, er wollte Tabak anbauen. Ja, genau. Und Tabak. Also, das ist natürlich wahrscheinlich auch für die Gegend von den, von den klimatischen Verhältnissen irgendwie das naheliegendste, würde ich jetzt mal so sagen. Aber, ähm, kann man wohl gut, gut Geld mitmachen. Und den älteren Sohn holt er nachher dazu, um, äh, dann damit besser, also nicht nur, weil sie die Ereignisse sozusagen, äh, mit dem Spotsville-Monster auch so dazu führen, dass er sich da Unterstützung holen möchte, sondern auch einfach, um, um die Farm besser zu bewirtschaften. Deswegen kommt dann irgendwann noch Verstärkung dazu. Aber so auch schon eine große Familie. Ja. Das Ganze muss losgegangen sein eigentlich im Februar 75, denn irgendwann war mal die Rede davon, dass sie da elf Monate waren und sie sind wohl im Januar 76 wieder weggezogen. Und die Seltsamkeiten begannen wohl damit, dass zwei der Jungs, also der, jetzt nicht der erwähnte erwachsene Sohn, sondern die zwei ältesten nicht erwachsenen Söhne, die zu dem Zeitpunkt neun und zehn Jahre alt waren, im, in Feldern um dieses Grundstück herum, wo sie unterwegs waren, wohl zum Spielen und zum Sammeln von Indianer-Artefakten, äh, dass sie dort tote Hunde in diesen Feldern gefunden haben, die allerdings nicht nur tot waren, sondern die Beschreibung, ja, so ein bisschen Richtung dessen geht, was man von Kettle Mutilations, also Fieferstümmelung kennt, die inneren Organe fehlen, es ist kein Blut- oder Fußspuren vorhanden und sie haben keine Augen. Kettle Mutilations ist natürlich ein Thema für sich, müssen wir auch mal machen. Würde ich, wollte ich jetzt heute nicht so viel drüber sprechen. Hoffentlich machen wir das nicht. Also wir sollten drüber sprechen, aber... Ja, genau. Sie finden auf jeden Fall tote Hunde, jetzt mal vom Zustand abgesehen. Und hier muss ich gleich die erste Bemerkung reinfügen. Wir haben ja ein Interview mit der Mutter, Rose, gehört, das geführt wurde von dem Host von dem Podcast Sasquatch Chronicles, Folge 51, natürlich auch verlinkt. Und, äh, in diesem Interview wurde die Mutti auf diese gefundenen toten Hunde angesprochen und konnte sich daran irgendwie scheinbar gar nicht mehr erinnern. Oder habe ich das da lost in Translation, die spricht nämlich, wie wir schon im Vorgespräch festgestellt haben, ziemlich einen schönen Kentucky-Dialekt. Ich habe nicht alles 100-prozentig verstanden. Ja, es ist ja, wir sehen ja im Videomaterial, dass es schon eine etwas ältere Frau ist. Es sind, äh, 30 zu dem Zeitpunkt, 30 Jahre her. Natürlich ist das eigentlich ein Vorfall, an den man sich dann erinnern müsste. Also ich meine, wenn die eigenen, äh, Hunde, oder vielleicht nicht unbedingt die eigenen, aber sind... Nee, nee, das waren keine eigenen. Okay, das sind nicht die Hofhunde, die kommen ja später noch vor. Aber das sollten natürlich dann, ja, da könnte man jetzt wieder so argumentieren, einiges wird verdrängt oder wie auch immer, aber... Ich wollte jetzt auch nicht so tun, als sei das für mich, ist jetzt für mich keine mega rote Flagge. Es ist natürlich die Frage, haben die Jungs das damals erzählt oder wie viel haben sie erzählt und vor allem, wenn das so am Anfang war, dann ist das vielleicht auch was, was gerade, wenn man viel zu arbeiten hat auf so einer Farm, vielleicht auch einfach, ne, ins eine Ohr rein, ins andere wieder raus geht. Aber ich wollte es erwähnt haben, ist mir aufgefallen, dass scheinbar die Mutter sich da irgendwie zumindest zum Zeitpunkt des Interviews, wie du schon erwähnst, sehr viele Jahrzehnte später und sie war auch schon recht alt, nicht mehr direkt daran erinnern konnte. Aber dennoch, im Laufe der Zeit, und da konnte sie sich dran erinnern, verliert die Familie da einiges an Vieh, nämlich an die 200 Hühnchen, manchmal ist auch von 250 die Rede, eine Ziege, die sie hatten, so wie ich es verstanden habe, mehr oder weniger mehr so als Spaßziege und ein Pferd oder Pony, was sie ebenfalls, glaube ich, mehr so zum Spaß hatten. Also, die verschwinden alle. Ich hätte gerne gerade bei den Hühnchen noch mehr Informationen erhalten, also wie das vonstatten gegangen ist, weil ich denke mal, die werden wahrscheinlich jetzt, ich habe das so verstanden, dass die nach und nach irgendwie 200 Hühner da verloren haben, wahrscheinlich nicht alles auf einmal. Und naja, das muss ja irgendwie vonstatten gehen. Wir haben ja einen ähnlichen Fall schon mal gehabt, wo wir dann sogar eine kleine Schilderung davon hatten, wie dieser Hühnerstall, der überfallen worden ist, wenn ich mich recht entsinne. Hier jetzt leider keine Details. Aber auf jeden Fall Verlust von Haustieren. Ein auch wiederkehrendes Element. Wir denken auch natürlich an die berühmte Skinwalker Ranch. Auch da haben die Goremans, das war, glaube ich, der Name, unter dem sie im ersten Buch fake-mäßig liefen. Die hießen, glaube ich, anders. Aber egal, nennen wir sie jetzt mal so. Die haben Ähnliches berichtet. Denen wurden da Viecher getötet und auch Hunde abhandengekommen. Also, ja, das kennt man schon. Ja, und eine, ich glaube, eine Sache kommt mir noch bekannt vor und zwar, dass erwähnt wird, dass das Aas nicht angefasst wird von Aas fressenden anderen Tieren. Also, es wird dort vorgefunden und dann wird sogar hier zum Beispiel mit dem Insektenbeispiel. Es wird also, bleibt unangetastet, was da rumliegt, so, dass diese, ja, das fällt einem dem einen natürlich dann auch auf, dass das seltsam ist, dass man das da alles so vorfindet. Von der schieren Anzahl, die natürlich sich über die elf Monate erstreckt, davon mal abgesehen, aber, ja. Ja, guter Hinweis und du hast vollkommen recht, auch das etwas, was man gerade beim Thema Kettle Mutilations auch öfter mal hört. Das ist natürlich jetzt, eigentlich müssen wir schon da ein kurzes Zwischenargument liefern oder uns überlegen, was wäre denn eine mögliche Erklärung, wenn man dem, dem Teil jetzt sozusagen glaubt und sagt, ah, die wurden gefunden, unangetastet, auch ohne Blutspuren drumherum, was wäre da eine mögliche, also, was führt dazu? Das wollte ich eigentlich extra nicht machen, weil wir eh eine Folge über Kettle Mutilations machen müssen und dann das en Detail zu diskutieren ist. Okay, dann behalte ich das mal. Also, wenn es dich nicht stört, ja, super. Ich habe schon ein, zwei Theorien sozusagen, aber dann spare ich mir das auf. Ja, da machen wir eine extra Folge zu, das, das lohnt sich sowieso, das wurde natürlich auch schon hundertmal angefragt und ist ja auch spannend und da passt es halt perfekt rein. Und da kann man dann auch tatsächlich nochmal ein paar konkrete Beispiele rausholen, wo man auch wirklich genauere Infos dazu hat, wie in welchen Zuständen diese Tiere dann gefunden wurden. Hier ist das ja alles so sehr oberflächlich und anekdotenhaft. Da lohnt sich das, glaube ich, viel, viel mehr. Was sie noch erlebt haben, auch das ein Klassiker, sind seltsame Geräusche zur Nacht. Ich glaube, was mir am meisten hängen geblieben ist als Vergleich, die gute Rose sprach davon, dass sich das einmal mindestens angehört hätte wie ein Elefant für sie. Ja. Und sowieso sehr, sehr laut. Auch hier wieder absolut klassisch. Wir denken, glaube ich, das war der Ohio-Fall. Da wurde das, glaube ich, auch mehrfach erwähnt. Und also, was auch immer da los ist, manche Skeptiker würden vielleicht sagen, naja, die Leute, wenn die erstmal denken, da ist was, dann hören sie überall doppelt und dreifach hin. Und dann hören sie, ja, ohne es selber zu wollen und zu wissen, pushen sie das selber so ein bisschen auf, was sie da hören und so weiter und so fort. Halte ich von all dem nicht so viel. Ich meine, die Leute, wenn die Familie jetzt von sonst wo da hingezogen wäre, wäre das vielleicht nochmal zu bedenken. Aber die Familie kommt aus der Gegend, hat da schon ihr ganzes Leben gelebt, hat auch auf dem Land gelebt. Dass sie davor in der Stadt waren, war nur eine Zwischenepisode. Also, da gehe ich dann schon davon aus, dass sie auch die vielleicht ungewöhnlicheren Geräusche vorher schon mal gehört haben. Und, naja, gerade wenn da zum Beispiel jetzt ein Vogel wäre, der ein ungewöhnliches Geräusch macht, das aber so super laut ist, naja, dann ist der da ja irgendwie nicht nur einmal, sondern dann müsste sowas ja umso mehr auffallen in der Vergangenheit, wenn es halt so mega laut ist. Das ist ja einer der Aspekte, die immer wieder genannt werden, sowieso bei Bigfoot-Begegnungen. Wie oft habe ich schon gehört, dass die Leute gesagt haben, es war so laut, dass man den Bass, als würde man vor einer Bassbox stehen, also man hat es im Körper spüren können, solche Geschichten. Der Vergleich mit Alligatoren-Geräuschen kommt da öfter. Also, da gehe ich dann schon von aus, wenn solche Leute sagen, sie haben da wirklich was ungewöhnlich Lautes und ungewöhnlich Klingendes nachts gehört, dann wird da auch irgendwas gewesen sein. Weiß natürlich nicht, was es war, aber ich gehe dann schwer davon aus, dass es sich jedenfalls außerhalb der üblichen Flora und Fauna, sage ich mal, bewegt hat. Wobei Flora jetzt nicht für Geräusche bekannt ist, aber egal. Das ist ja eine feststehende Wendung, die man immer zusammen so sagt. Deswegen ist sie jetzt bestimmt so rausgerutscht. Ich überlege noch bei, na, was die Geräusche angeht. Also, im ersten Moment dachte ich, gut, man hat nicht wie heutzutage Zugriff auf alle möglichen Medientypen, kann jederzeit in Online-Lexika blicken und alles, aber nichtsdestotrotz hatten die, hoffe ich doch mal für sie, für ihre Freizeitgestaltung so ein bisschen Zugriff auf meinetwegen klassisches Fernsehen oder sie haben irgendwo mal in ihrem Leben auch einen Zoobesuch unternommen mit der Familie. Vielleicht, ich weiß es nicht. Selbst wenn die hier vom Dorf kommen, müsste es da eigentlich mal sowas in der Gegend in den USA geben, wo man dann eben ganz klassisch diese Tiergeräusche, also da müsste man schon sehr weltfremd sein, würde ich damit sagen, dass man nicht Elefant und Bär als Beispiel unterscheiden kann, ohne, dass man da, ja, weiß ich nicht, großartig in dem natürlichen Habitat der beiden Tiere unterwegs ist, was natürlich, wenn mich nicht alles täuscht, bei Elefanten eigentlich nur Afrika und Indien wäre. Ja. So wie man sie sonst in der natürlichen Umgebung wahrnehmen könnte. Aber deswegen würde ich sagen, das ist, da traue ich der Frau schon, wenn sie sagt, das ist ein unnatürliches Geräusch, was eben nicht passt zu der örtlichen Fauna sozusagen. Exakt. Und jetzt bekommen sie im Grunde sogar noch Bestätigungen von außen, denn bei ihnen taucht ein Nachbar auf, der unter dem Decknamen Roy läuft. Decknamen, ja, stimmt. Ja, der wollte nicht namentlich genannt werden. Und sie nennen ihn einfach immer Roy, also sowohl in der Eindokumentation, die ich mir dazu angeguckt habe, als auch in dem Sasquatch Chronicles Interview, was wir beide gehört haben, wird er Roy genannt, aber er heißt so halt nicht. Es wird aber wichtig, gegen Ende der Geschichte, warum er sozusagen einen Decknamen hat. Zumindest, ja, aus verschiedenen Perspektiven, warum er sozusagen diesen Wunsch hat. Der ist zumindest hobbymäßig Jäger und ist da halt in der Gegend sehr, sehr viel unterwegs und jagt. Und der steht bei denen eines Tages vor der Tür und, ja, letzten Endes warnt er sie vor acht Fuß großen haarigen Viechern, die da rumstapfen, derer er bisher nicht habhaft werden konnte, aber gerade deshalb sah er es gewissermaßen als, ja, Nachbarschaftspflicht vielleicht oder Nachbarschaftshilfe, hier mal Bescheid zu sagen. Das auch, weil sie eben kleine Kinder dabei hatten. Mit anderen Worten, jetzt haben sie hier jemanden, der auch schon Begegnungen mit diesem, was auch immer, gemacht hat und vor allem auch in der Vergangenheit schon gemacht hat und auch in Zukunft Spoiler noch machen wird, dem sie halt irgendwie vertrauen. Und ich denke mal, in so einer Situation ist man dann auch ohnehin ganz froh, wenn man da irgendwie Hilfe angeboten bekommt, auch Sinn aus der ganzen Sache zu machen. Bis dato wussten sie ja auch nicht wirklich, was los ist. Nun aber kam es zur ersten richtigen Sichtung, so wie ich das zumindest verstanden habe. Und zwar ist die so um 8 Uhr abends passiert und die Mutter ist Akteurin hauptsächlich. Die ist auf die Veranda gegangen, um den schon erwachsenen Sohn und dessen Frau und Kinder rüberzurufen. Wir haben es eben schon gehört, die waren da wohl auf dem Hof zum Helfen anwesend für ein Abendessen. Und ja, da sah sie unter einem Licht. Ich habe leider tatsächlich nicht verstanden, was das für ein Licht war. Das gehört so zu dem Part, wo der Kentucky-Einfluss in der Sprache mich doch überfordert hat. Sie sah aber unter einem Licht eine 8 Fuß große Gestalt stehen, die sehr haarig war. Also mit anderen Worten, grob zwar, aber dennoch in der Grobheit typische Bigfoot-Beschreibung. 8 Fuß, ungefähr 2,40 Meter, definitiv groß und so groß, dass man es wohl nicht mit einem handelsüblichen Menschen so richtig verwechseln wird. Und sie hat sofort, ja, wie sagt man, Angst bekommen, ist reingerannt, hat rumgeschrien und ihr Mann und der Sohn Harold sind mit entsprechender Bewaffnung nach draußen. Auch das für uns ja inzwischen schon ein bekanntes Phänomen. Wir werden auch nochmal das Schießen vom Dach wieder beleben können in dieser Story. Man müsste eigentlich so eine Liste machen. Also jetzt haben wir schon ein paar, wie du gesagt hast, zwei, drei Fälle sicherlich durch, dass man dann schon langsam die Stichprobe und dazu hat man über andere noch zusammenfassend gelesen. Das kann man sozusagen die Checklist machen. Kommt die Shotgun vor, was hier auch der Fall ist und was noch. Bei dem Licht noch kurz, eine kurze Unterbrechung dazu. Ich habe jetzt nicht den genauen Wortlaut in Erinnerung, aber ich meine, ich würde jetzt mal darauf tippen, dass es eben kein klassisches elektrisches Licht war, sondern ich habe letztens das schöne Wort Funzel nochmal gelernt. Also Gloom im Original, Gloom. Das ist also so eine, vielleicht eine Öllampe war, irgendwas, was sie da draußen auf der Veranda oder wie auch immer rumhängen haben. Was ein bisschen den Weg zum Farmhaus zurückguided. Das würde ich jetzt so tippen. Aber genau kann ich die Hand dafür nicht ins Feuer legen. Ich weiß, habe wirklich nicht verstanden, was für ein Licht es war, aber was ich verstanden habe, ist, dass das Vieh da drunter stand. Also das muss irgendwie sowas wie eine, ja, ich sage jetzt mal, private Straßenlaterne gewesen sein. Also das war kein Licht auf der Veranda, sondern das Vieh stand da drunter unter irgendeiner Art von Lampe. Der hat da einen Begriff verwendet, aber ich kenne ihn halt einfach nicht und habe es, naja, ist auch egal, ein Licht. Wir verlieren uns hier in Details. Also die Männer mit Waffen raus, die Frau rein und ruft die Polizei. Das Vieh ist wohl sofort abgehauen, so wie ich es verstanden habe. Und weder die Männer mit den Gewehren noch dann die hinzukommende Polizei kann da noch irgendwas nachvollziehen. Und was ich ganz interessant fand, war da noch die Anmerkung, die sie da im Laufe des Interviews, was wir gehört haben, gebracht hat, dass dann irgendwann die Polizei halt auch einfach gar nicht mehr zu ihnen gekommen ist. Ich finde, also vielleicht ist es natürlich ein Reflex, aber ich finde es eigentlich ein bisschen absurd, die Polizei, also das passt sozusagen nicht zu diesem ganzen Kontext. Also ist das dann so die Dorfpolizei, ist das schon eine übergreifende, was für CRS-Impuls-Polizei und nicht irgendwie andere aus dem Dorf oder so? Keine Ahnung. Also, das finde ich jetzt nicht so irritierend, wenn da was ist, wovon du dich bedroht fühlst, sage ich jetzt mal körperlich, dann ist es doch eigentlich eine naheliegende Sache. Also da würde mir eigentlich nur einfallen, entweder ich rufe die Polizei oder ich rufe halt, wenn es da sowas gibt wie eine Jagdaufsichtsbehörde oder sowas. Nur, ich würde wahrscheinlich immer die Polizei rufen, weil ich von der anderen Institution niemals im Leben die Nummer hätte und in den 70ern auch keine Chance, die schnell zu recherchieren. Also, das ist ein Argument. Finde ich schon nachvollziehbar, dass man da die Polizei ruft und sie sind da ja gerade relativ frisch hingezogen, also von daher mit Nachbarschaft ist vielleicht auch noch gar nicht so mega viel bekannt. Und nachdem die Polizei dann ja da gewesen ist und gesagt hat, das war ein Bär wahrscheinlich und dann später halt auch überhaupt nicht mehr gekommen ist, sind sie ja wohl auch dazu übergegangen, dann halt einfach tatsächlich den Nachbarn zu rufen, nämlich Roy, der ihn aufgrund seiner eigenen Erfahrung halt dann wohl mehr oder weniger als einziger geglaubt hat, zumindest erst mal vor Ort. Also, mit anderen Worten, Polizei wird zwar gerufen, checkt aber nicht wirklich was, denkt, das ist ein Bär oder sagt, das ist ein Bär und ja, lässt sich dann irgendwann im weiteren Verlauf der Geschichte auch gar nicht mehr blicken, nachdem sie halt mal fünfmal da angerückt sind und halt nichts mehr vorfinden konnten. Aus Sicht der Polizei natürlich auch irgendwo verständlich, also, wenn man da nun ständig hin daddelt und da ist nie irgendwas, naja, andererseits weiß ich auch nicht, wenn ein Bürger die Polizei ruft, dann sollte die grundsätzlich ja schon auch bestenfalls kommen, auch nach dem sechsten Mal zur Not. Aber gut, anderes Thema. Was interessant war, einer der Jungs, zehn Jahre alt, hatte da auch eine recht dichte Begegnung noch, der stand nämlich eines Tages im Vordergarten und hat quasi seine spielenden Geschwister, die jünger waren, da mehr oder weniger betreut, beziehungsweise wollte ihnen da was wegnehmen und sie, glaube ich, reinholen, ja, und dann hörte er ein durch die Büsche brechen, sage ich jetzt mal, etwas Großes, was sich da durch die Vegetation bewegt, auch hier ein kompletter Klassiker der Bigfoot-Begegnung, es gibt viele Leute, die gewissermaßen ihre Bigfoot-Begegnung nur auf dieser Tonebene haben, also sie hören, sie irgendwo im Gebüsch hören, dass sich da was Massives bewegt, kriegen aber nie was zu Gesicht. Naja, sowas hört er jedenfalls und plötzlich wurde es komplett still. Auch hier Ausfaktor oder Aus-Effekt, auch das wiederkehrendes Element, nicht nur bei Bigfoot-Begegnungen, sondern überhaupt bei Begegnungen mit Seltsamkeiten, sei es Kryptide wie Bigfoot oder auch fliegende, was auch immer, wie Ufos. Er blickte weiter und sah dann etwas stehen in der Nähe von einem alten Truck, der da wohl rumstand. Er und er hat es beschrieben als sehr, sehr groß und breit, mit sehr massivem Kiefer, kleinen Augen, mit rötlich-grauem Haar, eher dünn und nicht sehr durchgängig verteilt sozusagen, sondern etwas patchy, wie man im Englischen sagt, wie würde man, also Flickenteppich. Flickenteppich mäßig, genau. Und es sah für ihn aus, als sei es sehr, sehr alt. Ja, wir sind ein bisschen runtergekommen sozusagen. Ja, das ist übrigens auch eine interessante Nebenbeobachtung. Da die Bandbreite dessen, was dann tatsächlich gesehen wird, ist sehr, sehr groß. Also von einer Figur, die aussieht wie der krasseste Bodybuilder mal zwei und mit richtig schönem Fell, wie frisch gepflegt und manikürt und sieht aus, als könnte es Bäume ausreißen, bis hin zu irgendwie so einem, ja, eher heruntergekommenen, abgeranzten Klappergestell, sage ich jetzt mal. Geht man in der Bigfoot-Legacy sozusagen immer davon aus, dass alles das ein und dasselbe Tier ist oder, das fällt mir jetzt gerade so auf, ist das sonst, kann man auch von einer Population sprechen, wo unterschiedliche Ausprägungen halt sind, unterschiedliche, ein unterschiedliches Alter oder sonst wie. Weil das, ansonsten wäre ja nur eine mögliche Erklärung, dass es sozusagen mit der Wahrnehmung zusammenhängt oder dieses Viech sozusagen andere Erscheinungen annehmen kann, wenn man jetzt in die andere Richtung der Erklärungsmöglichkeiten geht, so. Oder würdest du sagen, es gibt auch öfter, ja, die Aussage, dass es dort dann mehrere Exemplare gibt einfach. Aber darauf wird hier nicht eingegangen, meine ich, bei diesem Fall. Ja, was schon auffällt ist, dass in der Tat man mehrere Typen herausbilden kann, sage ich mal, aus dem, was so wiederholend berichtet wird. Ich glaube, es sind, ich glaube, es sind fünf, sechs Typen, habe ich jetzt gerade gar nicht vor Augen. Sozusagen der, der Klassiker Sasquatch, so im Nordwesten, also ich sag mal, ja, so wirklich der Klischee Bigfoot, einfach groß, so ein bisschen vielleicht wie ein, wie eine Mischung aus Orang-Utang und Mensch, auch so ein Cone-Head, so ein, so ein, ähm, nicht Orang-Utang, Mensch, Gorilla-förmiger Kopf. Und so, sehr groß, muskulös, dichtes, dunkles Fell und so weiter und so fort. Und dann zum Beispiel, als anderes Beispiel, im Süden und vor allem Südosten, Florida und so weiter, die Ecke, da hört man tatsächlich öfter mal von eher, ja, längerem Fell, also so, ähm, da kommt dann oft der Vergleich mit Ghillie-Suits oder sozusagen so ganz verfilzten, Dreadlock-artigen Matten als Fell, sage ich mal. Was sind das, sind Ghillie-Suits? Ja, das sind diese Tarnanzüge, die so ganz komplett, äh, ja, wo du komplett mit Kram irgendwie Blätter oder Blätterimitationen behangen bist und dadurch halt auch so eine sehr seltsame Statur bekommst. Ähm, da im Südosten, wie gesagt, dann auch gerne, äh, rot, rote Fellfarbe, tendenziell weniger massive Körper, tendenziell interessanterweise auch aggressiveres Auftreten, das gilt so für Süd- und Südosten, Tennessee, ähm, Florida, Texas und so weiter, alles, was dazwischen liegt. Also ja, man hat schon den Eindruck, dass was auch immer da gesehen wird, das kann nicht alles eins zu eins das Gleiche sein, außer man geht natürlich davon aus, dass es sich um irgendein übernatürliches Phänomen handelt, was dann aussehen kann, wie es will, wie du eben schon angedeutet hast. Das wäre dann vielleicht die, die, die einzige, eigentlich die einzige Möglichkeit, bei der man noch davon ausgehen kann, dass es tatsächlich einen und denselben Ursprung hat, würde ich jetzt einfach mal so sagen für mich. Äh, und unter den Naturalisten, sage ich jetzt mal, die davon ausgehen, dass das irgendein Tier ist, ja, da nimmt man das natürlich auch zur Kenntnis, dass die Berichte dann doch sehr disparat daherkommen. Und da behilft man sich dann natürlich genau, wie du schon erwähnt hast, mit der Idee, dass es sich ja auch um verschiedene Lebensräume handelt und dementsprechend verschiedene vielleicht Unterarten existieren oder Ausprägungen. Und dann natürlich in jedem Falle, wenn man jetzt von einem natürlichen Tier ausgeht, dann ist natürlich damit zu rechnen, dass es Männchen gibt, Weibchen gibt, gesunde Exemplare gibt, kranke Exemplare gibt, alte, junge und so weiter und so fort. Also, ich behaupte mal, so eine Einheitlichkeit ist da eigentlich ganz abwesend. Und jetzt reden wir nur über die USA. Jetzt müssen wir ja das Ganze auch noch ausweiten. Entsprechend ähnliche Viecher werden ja mehr oder weniger weltweit gesehen, beziehungsweise in sehr weit auseinanderliegenden Gegenden, Australien, in China, Russland, Südamerika und so weiter und so fort. Da kommen dann noch mehr Variationen rein. Himalaya, Yeti kennt auch jeder, der weiß sein soll, wobei man auch aus den USA erstaunlich viele Meldungen über angebliche weiße Viecher bekommt. Würde einen ja wundern, die sind ja besonders auffällig, würde man denken, wenn es sich einfach um ein Tier handelt. Aber klar, es gibt natürlich auch bei anderen natürlichen Tieren mal weiße Exemplare, zum Beispiel, ich selber habe schon weiße Rehe gesehen. Ja, also da ist deine Beobachtung vollkommen korrekt. Sehr, sehr heterogen das Ganze. Und das, was man so klischee-mäßig als Bigfoot vorm Auge hat, das ist tatsächlich eher das Modell, sage ich jetzt mal, was sich offensichtlich am ehesten im Nordwesten der USA und Kanada, Alaska die Ecke rumzutreiben scheint. Wenn du den asiatischen Raum ansprichst, da denke ich dann jedes Mal genau wie in der Geschichte oder wenn wir jetzt, wir lernen natürlich auch sehr eurozentrisch sozusagen, aber kriegen natürlich den angloamerikanischen Sprachraum auch mit. Und das weitet sich dann aus auf nicht nur Geschichtsunterricht oder Geschichte allgemein, auch auf Literatur und dann eben auch auf solche Sachen, was einem da wahrscheinlich durch die Lappen geht, was man entweder selbst sich nicht erschließen kann, nicht selbst versteht sprachlich, oder es eben nicht genügend, in Anführungsstrichen, genügend Übersetzer gibt, die dann in so einer Vielzahl, wie es beim englischsprachigen oder wie auch immer anderen Spanisch oder sozusagen Sprachen, die dem allgemeinen Europäern näher liegen, da der Fall ist, dass man im Chinesischen als Beispiel dann wahrscheinlich gar nicht diesen Korpus hat von solchen Fällen. Das geht alles den düsteren Blauschichten sozusagen durch die Lappen. Aber du bist ja auch eher fokussiert auf USA und nicht auf Asien, oder? Also alles, was auf Chinesisch daherkommt, da bin ich tatsächlich raus. So viel kann ich sagen. Ja, aber auch, dass es in Zweitverwertung, also Sekundärliteratur oder so, dass es da auch viel wegfällt, das meine ich damit. Das ist klar, die direkte ist natürlich, also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte wahrscheinlich 95 Prozent dessen, was über dieses Thema geschrieben wird, bezieht sich vermutlich auf die USA. Da, denke ich mal, wird der größte Output sein. Man müsste, oder ich könnte mal aktiv recherchieren, inwiefern es da gezielte Auseinandersetzungen mit außerhalb von Nordamerika stattfindenden Dingen irgendwie gibt. Gibt es auf jeden Fall auch. Russland zum Beispiel. Habe ich jetzt Autor und Titel nicht mehr im Kopf, aber meine ich schon gesehen zu haben. Ja, aber das ist so. Das hat jetzt natürlich auch nicht so viel mit Bigfoot oder so zu tun. Und das gibt es ja in anderen Feldern auch. Ich wollte nur eine Sache hinterher schieben, die ich eben nicht erwähnt habe bei der Unterschiedlichkeit dessen, was gesichtet wird. Das geht auch so weit, dass manche der Leute sagen, oder das, was sie da erleben, sie eigentlich fast mehr an einen primitiven oder womöglich einfach nur technisch nicht ausgestatteten Menschen erinnert hat, während vielleicht die andere Seite des Spektrums dann tatsächlich das ist, dass es mehr wie ein Primat oder Gorilla wahrgenommen wird. Das ist eine Frage, die zum Beispiel bei Sasquatch Chronicles gerne mal gestellt wird. War es mehr wie ein Mensch oder war es mehr wie ein Affe? Und ja, mitunter bekommt man da Beschreibungen, die wirklich mehr so klingen, als hätte man es jetzt mit, keine Ahnung, vielleicht sogar einem Neandertaler zu tun. Ich meine jetzt nicht wirklich einen, ich wirklich glaube, dass es ein Neandertaler ist, aber von dem, wie sie das halt beschreiben, dem recht nahe käme und dem gegenüber halt quasi das Modell Gorilla oder Gigantopithecus, zwei sehr, sehr verschiedene Dinge im Grunde, aber wird alles gesehen, warum auch immer. Da hat man den Bewegungsablauf und vielleicht auch Fußspuren, die kommen jetzt nämlich auch demnächst, tauchen hier auf in dem Fall, die man da zur Rate ziehen kann. Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin Fraktion, ich glaube, das ist vielleicht ein Bär, der, weiß ich auch nicht, durch Parasiten oder sonst wie oder durch Reude gekennzeichnet, dann Patchy, also sehr flickenhaftes Fell hat, vielleicht wäre das bei dem jetzt ein Erklärungsansatz für die Skeptiker-Fraktion und dann kommt hier hinter aber ein Footprint, ein Fußabdruck mit vier Zehen und meines Wissens nach sind Bären immer im 5, Zehen ausgestattet, vorne und hinten. Das nur so als Gegensatz, also solche Überlegungen, so muss man ja auch rangehen an die Sache, Bewegungsablauf vergleichen, ist das eher wie hundeartig sozusagen oder ja, Primaten. Auch bei den Fußabdrücken, da setzt sich eigentlich diese Vielschichtigkeit oder Vielgestaltigkeit viel mehr fort. Jetzt haben wir hier in unserem Beispiel einen 4,10-Abdruck, davon sieht man übrigens ein Foto in der besagten Dokumentation, die ich natürlich auch verlinke. Das Foto ist nicht so gut und alt und gescannt, aber ich weiß nicht, für mich sieht das irgendwie kaum nach einem tatsächlichen Fußabdruck aus, ehrlich gesagt. 14, 15, 13, also auch da die Bandbreite groß, wobei ich schon denke, dass sich die Mehrzahl da auf dem Bereich vereinen lässt, den man vielleicht so klassisch nennen würde, also tatsächlich ein relativ menschenähnlicher Fuß, nur dann halt oft unwahrscheinlich groß, sozusagen. Diesen Fußabdruck hat, glaube ich, Roy, der Nachbar, gefunden, ne? Mhm, ja. Der hatte sich ja da sozusagen zwischenzeitlich auf die Fahne geschrieben, das jetzt mal richtig anzugehen, die Geschichte und das Vieh irgendwie zu vertreiben oder zu erlegen oder auf jeden Fall mal es richtig zu finden, sozusagen. Und jetzt kommen wir auch schon in den Bereich dessen, der halt es irgendwie schwer macht, davon auszugehen, dass es sich um ein richtiges Tier handelt. Der hat nämlich da bei einer seiner Jagden, sage ich jetzt mal, dieses Viech oder eins dieser Viecher in einem verfallenen Haus stellen können, ist übertrieben. Er hat es gesehen durch ein Fenster von außen, also das Viech war drin, so wie ich es verstanden habe, und er draußen. Das war auch die Gelegenheit, wo er dann kurz danach Haare und einen Abdruck gefunden hat. Und das hat sich einfach vor seinen Augen in Luft aufgelöst. Übrigens auch ein wiederkehrendes Element. Hört man jetzt nicht super oft, aber schon mehr als, ist kein Einzelfall. Wir haben auch öfter schon das interessante zweibändige Werk von Timothy Renner und Joshua Cutchin erwähnt. und das trägt ja den Titel Where the Footprints End und das ist eine Anspielung darauf, dass es zum Teil Fälle gibt, wo die Fußspuren einfach aufhören, also an einer Stelle aufhören, wo man sich nicht erklären kann, warum sie da aufhören, weil es mitten auf einem Feld ist. Ich glaube, das massivste Beispiel war mitten auf einem Feld und dann sogar noch mit Schnee, sodass sich bei manchen Leuten eben der Eindruck einstellt, dass diese Dinger einfach über Fähigkeiten verfügen, die eines natürlichen Tieres übertreffen und mehr so in den, ja, was will man es nennen, magischen Bereich irgendwie reingehen, zum Beispiel einfach verschwinden. Also ich denke mir, für mich war es jetzt aus der Chronologie nicht so ersichtlich, was Roy so generell über die Sache gedacht hat und zu welchem Zeitpunkt, aber ich vermute mal, wenn er das gesehen hat, dann kommt er mit seinem Jägeransatz wahrscheinlich nur noch schwierig voran, weil damit ist dann ja eigentlich klar, das kann sich hier nicht um irgendein Tier handeln, ne? Ja, und die später wurde es ja sogar noch schlimmer. Es gibt noch eine spätere Begegnung auch wieder in der ich weiß nicht, ob es dieselbe Hütte ist, aber auch eine verlassene Hütte, wo er dann in dem Fall Schutz sucht vor Regen und dann dort diese Kreatur wieder drin ist, also jetzt schlechtere Voraussetzungen für ihn in dem Moment, er ist dann mit dem Viech drin. Ja, und was er dann erlebt, das gibt der natürliches Tiertheorie wahrscheinlich so den restlichen Sargnagel, denn unter anderem sieht er seltsam rotleuchtende Augen, auch das schon angesprochen hier, wiederkennendes Phänomen, man kennt von Tieren natürlich, dass ihre Augen Licht reflektieren können, wenn man sie denn anstrahlt, von Bigfoot wird aber, wie übrigens auch von manchen anderen Kryptiden, wie zum Beispiel Dogman, gerne berichtet, dass da nicht Licht reflektiert wird, sondern dass gewissermaßen Licht imitiert wird. Und das ist natürlich verrückt, weil Augen, die Licht imitieren, funktionieren nicht mehr wirklich, dann siehst du ja nichts. Also, so auf natürlicher Basis gedacht, da willst du ja nicht, dass dein Lichtsensor selber Licht aussendet. und Stimmt, mal ganz technisch analysiert, ja klar, absolut richtig. Also jedenfalls denke ich mir das so. Und hier kommt jetzt noch hinzu, leuchtende Augen wahrscheinlich schon schlimm genug, er bekommt das, was man in den USA in Fachkreisen Mindspeak nennt, auch hier wieder, ich traue mich schon gar nicht mehr zu sagen, weil es jetzt schon so oft gesagt hat, auch das ein wiederkehrendes Element, plötzlich tauchten in seinem Kopf Gedanken auf oder eine Stimme auf, manchmal ist auch nur von Emotionen die Rede, aber ihn erreicht er auf jeden Fall die Nachricht, fürchte dich nicht, ich werde dir nichts tun, natürlich auf Englisch. Genau, aber was heißt auf Englisch, also in der Sprache, die die Person dann versteht, das wird, ja, aber in seinem Fall, okay. Aber du willst darauf hinaus, ne, also ein weiterer Hinweis darauf, dass es sich um nichts Natürliches handeln kann, die genutzte Sprache, also nehmen wir jetzt mal an, es wäre tatsächlich irgendeine Population von Menschen, Affen unentdeckter Art oder von mir aus auch sogar von einer Menschen oder fast Menschen unter Art, wenn man davon jetzt ausgeht, dass sie so intelligent sind, dass sie Sprache entwickeln, was ja will ich jetzt nicht in Abrede stellen, dann wird das wahrscheinlich eine Sprache sein, die wir dann sicherlich nicht verstehen würden und vermutlich wäre es halt nicht Englisch oder irgendeine andere Sprache, sowas kommt natürlich auch in anderen Ländern vor, wo die Menschen andere Sprachen sprechen, also auch hier, naja, wird halt echt schwer mit dem natürlichen Tier und jetzt kommt es, es liefert den Beweis oder den, ein weiteres Indiz, es rannt weg durch ein matschiges Feld oder durch eine matschige Fläche und hinterlässt gar keine Spuren. Jetzt ein bisschen unfreiwillig komisch, dass er sie versucht, also vielleicht ist es nicht, gar nicht sein Versuch, aber es klingt erstmal wie ein Versuch, sie zu beruhigen mit den Worten, ja, also jetzt mal so frei übersetzt von mir, es scheint ja jetzt aber eigentlich, also er geht zurück zu Red berichtet, er scheint ja jetzt eigentlich sich damit zufrieden zu stellen, einfach ab und zu mal die Tiere, Klammern Haustiere zu töten und ansonsten aber auch nur Schrecken zu versprühen, aber jetzt nicht weiter, also die Menschen sozusagen nicht zu attackieren, aber falls er sich doch mal entscheiden sollte, also dieses Wesen, sie zu attackieren, dann wäre sozusagen, könnte ihnen keiner mehr helfen, damit diesen Worten verabschiedet er sich sozusagen bei Red, das fand ich, okay, ist ein guter Nachbar, weiß nicht, vielleicht war das, das erste Ansinnen war gut, aber das Outcome war jetzt nicht so optimal. Ist eigentlich sogar noch krasser, weil wenn ich es richtig erinnere, ging es da nicht nur generell um Leute, sondern konkret darum, Red hatte Angst um seine kleinen Kinder, dass die mal geklaut werden und naja, die Antwort ist dann sicherlich nicht so beruhigend, wenn man dann gesagt bekommt, naja, wenn es das dann mal möchte, dann ist es halt so, kann keiner was machen. Ist aber übrigens auch wieder interessant, dieser Verdacht, denn tatsächlich ist es so, dass es wohl im Bereich der amerikanischen Ureinwohner, also es gibt da diverse Sagen über Wesen, die man im Grunde mehr oder weniger sicher mit, von der Beschreibung her irgendwie mit diesen Phänomenen identifizieren muss und bei manchen davon ist auch tatsächlich die Rede, dass es gerne Kinder stiehlt und oder Frauen. Ist natürlich auch jetzt wieder so ein bisschen ein folkloristisches Erzählmoment vielleicht, das ist ja eine Zuschreibung, die man auch gegenüber anderen Fabelwesen, sage ich jetzt mal, oder, ja, nennen wir sie jetzt einfach mal so, Sagen gestalten hat. Würde also vielleicht der Skeptiker sagen, das ist da an der Stelle nichts wert, ist halt nur so eine Erzähltradition. Aber naja, ist schon auffällig, dass das tatsächlich immer mal wieder auftaucht und dass es vor allem tatsächlich einige Erlebnisberichte gibt, die, ja, die man schon so ein bisschen so interpretieren könnte oder vielleicht sogar muss, als würden die Kinder schon ein besonderes Interesse auf sich ziehen seitens dieser Kreaturen. Ja. Was auch, ja, was, was, das ist die zweite Sache, die so ein bisschen, zumindest beim Lesen für mich unfreiwillig komisch war, aber eigentlich eher sozusagen dramatisch, ist dann, dass er aufgrund dieser Aussage von dem Mann sozusagen dieser, dieser absoluten, ja, Hilflosigkeit, wenn sie denn dem Tier ausgeliefert sind, dann spricht er sozusagen davon oder sagt Red, er plant dann, oder es wird beschrieben, er plant, dass er einfach einen Eimer voll mit Kerosin, also Benzin im weitesten Sinne, aufstellt, ähm, einen großen, five gallon, ich weiß nie, wie viele gallon sind, aber es sind auf jeden Fall, es sind knapp vier Liter, glaube ich, oder wie vier. Ähm, und dazu einen Mob sozusagen und das stellt er, ähm, neben der Küchentür ab und ich dachte jetzt, okay, er zündet den an, diesen Mob und will dann damit wedeln oder so, in meiner Vorstellung war das, war das seine Verteidigung oder so und dann sagt er aber, okay, ähm, das ist so der Plan, wenn dieses Viech sich so weit nähern würde, würde er, und jetzt kommt es sozusagen, diesen Eimer umstoßen, ähm, das ganze Haus sozusagen in Brand setzen und, ähm, seine ganze Familie dort in dem Haus drin lassen, also lieber das sozusagen als, als Tod, als dass eine, äh, auch nur eine Person der Familie sozusagen von dieser Kreatur erfasst wird. Dieses, dieses Fazit finde ich einfach nur verrückt, ganz am Ende dieser, dieser Geschichte. Ja, das ist, das ist sein, das ist ein guter Plan, das, also da ist Dramatik drin. Das hat mich auch aufhorchen lassen, also, also, ja, schon recht extreme Reaktionen, würde ich sagen. Andererseits, vielleicht war dann so mein zweiter Gedanke, ähm, ich meine, wir lesen das jetzt so gewissermaßen mit mehrfacher Distanz, ne, zeitlich, räumlich und so weiter und so fort, lassen sich noch mehr Ebenen einziehen. Und in meiner Vorstellung, wenn du das vor Ort tatsächlich erlebst, vor allem auch mit dieser gewissen Abgeschiedenheit und dem, ab einem bestimmten Zeitpunkt auch dem Wissen, dass zum Beispiel keine Polizei mehr zu dir kommt, ja, also, ich denke schon, da hat man dann auch tatsächlich wahrscheinlich einfach sehr, sehr viel Angst. Und irgendwie ist es ja tendenziell schon manchmal so ein bisschen so, je mehr Angst involviert ist, desto irrationaler wird auch das Handeln. Sicherlich gibt es auch Leute, bei denen das nicht gilt, weil sie irgendwie, keine Ahnung, voll krass sind oder so. Aber so ein bisschen in der Tendenz gilt das ja schon. Insofern, ja, je verzweifelter die Situation, desto verzweifelter womöglich auch die Auswege, die noch gesehen werden, ne, oder auch nicht mehr gesehen werden. Deswegen finde ich das Audio-Interview natürlich besser, weil hier ist man zumindest, die hat sozusagen, muss sie Erinnerung trauen, aber da ist man nah dran an der Zeugin, wohingegen hier sozusagen dieser Berichte wird ja vielleicht auch durchdrängt mit Freiheiten des Autors, ohne dass er das vielleicht auch mutwillig oder mit bösen Absichten sozusagen sprachlich da irgendwie so garniert, dass er zum Beispiel hier die Gottesfürchtigkeit mit reinbringt. Und als Zitat, also besser wäre es, they should all die and go to heaven together than trying to live without a single member. Also ohne, dass ein einziges Mitglied der Familie stirbt. Und dann all the children had agreed. Also sie sind sozusagen, sie sind alle, auch in dieser Gottesfürchtigkeit, nehmen sie das Schicksal sozusagen so an. Und Red, der als Familienvater hat gesprochen, das ist vielleicht natürlich auch so ein amerikanischer Topos noch, der da irgendwie mit durchgeht in diesem, was nachher bei der, später bei dem Interview mit der alten Dame natürlich so in der Form nicht passiert oder passieren kann, dass das dann so, ja, so eine Stilmittel auf einmal drin auftaucht. Da hat man sozusagen die, mehr oder weniger die direkte Sprache und Beschreibung. Ja, weil du es jetzt gerade nochmal erwähnt hast, dieser besagte Artikel, natürlich verlinkt, der ist, wenn ich jetzt nicht komplett auf dem Schlauch stehe, von einem der Kinder, also einem der Söhne geschrieben. Dem Bart. Das macht es ganz natürlich noch. Der sich da bis heute, also bis in jüngste Vergangenheit, weiß jetzt nicht, wie da genau der Status ist, mit dem Thema aber beschäftigt und auch dazu publiziert, zum Thema Bigfoot. Nur als kleiner Neben-Effekt. Ja, im Grunde geht die Geschichte dann damit zu Ende, dass sie sich einfach vom Acker machen. Also sie wissen sich nicht mehr recht zu helfen und ziehen weg. Wir haben schon gehört, die Polizei ist eh raus. Es gab dann noch eine Episode, wo sozusagen sämtliche erwachsene Männer der Familie aufs Dach geklettert sind, um dann ihre Shotguns in Richtung des Viechs auszulehren. Allerdings, wie ihr auch schon öfter gehört, ohne Erfolg. Es springt einfach über den Zaun und macht sich vom Acker, im wahrsten Sinne des Wortes. Springt es über den Zaun, da muss man auch ganz genau sagen. Ich habe immer anfangs verstanden, dass es sozusagen den Zaun überwindet oder durch den Zaun geht. Ach so. Also ohne ein klassisches Rüberspringen. Aber ich will mich jetzt auch nicht festlegen. Das wäre natürlich nochmal ein starker Unterschied, aber auf jeden Fall mühelos sozusagen Hürden überwindet. Das schon mal als Gemeinsamkeit. Ja. Also ich habe es mir mit rüberspringen gemerkt, aber vielleicht war es auch, ist es auch durchgebrettert. Ich meine mit 2,40 und dann der, es wird ja auch als massiv beschrieben. Und wenn du 2,40 Meter groß bist und dann auch noch eine entsprechende Statur hast, weiß ich nicht, da kommen dann ja leicht, vermute ich mal 300, 400 Kilo zusammen. Oder ja, das ist vielleicht etwas sehr übertrieben, aber sagen wir mal 300 Kilo, 250. Also wahrscheinlich wäre auch durch den Zaun auf jeden Fall technisch möglich. Ja, ich habe mir gedacht, wollen wir jetzt vielleicht noch kurz über unsere Eindrücke von dem Interview mit der guten alten Dame, die also zur Erinnerung, das war die Mutter in unserer Geschichte hier, also die dabei war. Wollen wir darüber noch kurz sprechen, wie wir das so wahrgenommen haben? Ja, ich muss da sozusagen vorweg schieben, dass ich nicht immer alles verstanden habe. Das freut mich. Also natürlich nicht wirklich, aber dann fühle ich mich nicht so. Aber ich habe es ja sozusagen auch noch mal während einer Autofahrt gehört. Natürlich habe ich das im Englischen, hätte ich das natürlich perfekt als verstanden. Aber nein, Quatsch. Also es ist schon teilweise schwierig, weil sie nicht nur, wie wir auch im Vorgespräch dann gesagt hatten, nicht nur der Akzent oder der Dialekt im weitesten Sinne, sondern auch der Soziolekt, also die Wörter, die sie benutzt, sich verändert. Und ja, allgemein. Sie ist halt auch eine sehr alte Dame. Das macht ja manchmal, also ich habe den Vergleich mit dem Plattdeutschen. Ich verstehe Plattdeutsch eigentlich ziemlich gut, aber wenn ich mit sehr, sehr alten Leuten Kontakt habe und die dann platt reden, dann verstehe ich es tatsächlich schlechter in der Tendenz. Nicht, weil sie so großartig anderes platt sprechen, sondern einfach, weil irgendwie die Nuancen der Aussprache zum Teil ungewohnter sind und zum Teil auch verwaschener sind, sage ich mal. Und der Effekt, jedenfalls erschien es mir so, spielte hier jetzt bei ihr auch noch mit rein. Also man hat wirklich einerseits die Dialektsituation, dann das mit dem Alter, dann also technisch mit dem Alter, was die Aussprache vielleicht angeht und dann natürlich auch noch Wortwahl und so weiter und so fort. Also kleine Warnung, wenn jemand sich das anhören möchte, das ist ein bisschen anstrengender als jetzt irgendwie, was hören denn die Leute sonst so an Englisch, keine Ahnung, sich nebenbei Joe Rogan oder so reinzuziehen. Aber es geht schon. Ich würde aber Kopfhörer empfehlen. Also ich habe es mit Kopfhörern gehört, um da wirklich möglichst alles mitzuschneiden. Bei der Autofahrt wäre es, glaube ich, für mich, da hast du den Vorteil des Anglisten. Ich glaube, bei der Autofahrt wäre es für mich unmöglich gewesen. Ja, aber gehen wir doch mal rein. Sie erzählt. Man muss dazu sagen, das Interview ist nicht so sehr strukturiert. Also wir kriegen da keine chronologische Geschichte geboten, sondern mehr so Schlaglichter. Das liegt, glaube ich, daran, dass einfach nicht so geschickt, also nicht chronologisch gefragt wurde. Also keiner der Interviewpartner hat, meinem Eindruck nach, den Versuch gemacht, da eine Chronologie reinzubekommen, sondern man hat sie einfach gefragt, was ist da passiert? Und sie hat dann das Feld ziemlich auffindig, vor allem, wenn man danach den Bericht liest. Das ist eigentlich psychologisch extrem einleuchtend. Sie hat mehr oder weniger die Schlaglichter erzählt, die sie halt selber erlebt hat. Also das Spektakulärste, ihre eigene Sichtung sozusagen als allererstes. Und irgendwie hat das für mich, das war schon so der erste Punkt, ein Stück weit glaubwürdiger gemacht, weil sie sich im Grunde so verhält, wie es zu erwarten wäre, mit der langen Zeit, die dazwischen ist. Dass man dann nicht unbedingt mehr alles auf die Kette bekommt in den Abfolgen, aber noch relativ gut ist darin, Einzelerlebnisse, also eindrucksvolle Einzelerlebnisse wiederzugeben. Weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast? Ja, es macht also technisch sozusagen, was Zeitzeugeninterviews angeht, da muss man ja auch mal vorsichtig sein, dass dann im Rückblick Sachen auch anders erinnert werden, weil emotional gefärbt. Das macht das Interview aber eigentlich, also es war angenehm zu hören, also weil sie eben eine authentische Art hat, das zu kommentieren und ja auch emotional eben verbindet, aber ja, das sind natürlich auch die Angriffspunkte, dass man sagt, okay, sie hat das dann anders abgespeichert. Sie sagt ja auch bei einigen Dingen, dass sie sich nicht komplett erinnert, aber zumindest, wenn ich das gesamte Interview so rekapituliere, ist das schon, ja, also sind es schon durch diese Schlaglichter, wie du sagst, dann doch versucht sie zumindest das auch mal, ja, weg von der Emotion teilweise eben ganz nüchtern zu beschreiben, was sie, vor allen Dingen, was sie an Geräuschen hört und so und das ist ja zumindest schon sehr skurril, das ist mir auch so hingeblieben, dass sie das verstört hat und dass sie das halt auch nicht einordnen konnte und das mit dem, mit der Face-to-Face-Begegnung, das natürlich sowieso, das hatten wir jetzt hier im Text auch, aber ja, da würde ich dann natürlich, als hätte ich als Interviewer gefragt, sozusagen wie Zeitspanne, wie genau, wie lange sozusagen war dieser Blick, was genau sind die Lichtverhältnisse, wir sind auf die Lichtverhältnisse schon kurz eingegangen, all solche Sachen, da hättest du natürlich, das hättest du ja auch gemacht, da hättest du sie nicht losgelassen und einfach noch präziser nachgefragt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dem geschuldet ist, dass sie ein bisschen älter war und man da vielleicht auch dann sozusagen mehr in Anführungsstrichen Rücksicht nehmen möchte, sozusagen, ne? die Zeit nicht über Gebührenanspruch nehmen und einfach nicht so sehr rumnerven, wenn man vielleicht auch das Gefühl hat, dass es der Person noch nahe geht oder es für sie auch einfach so eine Anstrengung ist, konzentrationstechnisch und so. Das hatte ich jetzt eigentlich bei ihr nicht so das Gefühl, also die wirkte für mich schon geistig noch recht flexibel oder normal flexibel, sage ich mal. Meine Überlegung ist vielleicht, das ist eine der früheren Folgen Cascrot Chronicles, vielleicht ist das auch einfach mit der Zeit noch ein bisschen anders geworden, weil, das war nämlich auch mein Gedanke, ich glaube nicht, dass Wes Anderson, der Haupthost und inzwischen auch einziger Host, wenn er das Interview heute noch mal führen würde, da hätte er, glaube ich, mehr nachgefragt. Also zumindest bei den allermeisten seiner Interviews fragt er genau solche Dinge ziemlich exakt nach und versucht die Leute auch darauf festzunageln, sage ich mal, ziemlich genaue Beschreibungen und Eindrücke von dem, was sie gesehen haben, zu liefern. Es gibt ja einige Beispiele, wo er das einmal anfragt und dann die Person das nicht so richtig verstanden hat, worauf er hinaus will und da lässt er dann auch nicht locker. Also mit anderen Worten, weiß nicht, woran es hier lag, aber für mich war das Interview jetzt tatsächlich nicht so wirklich gut geführt. Da hat man einfach nur oder relativ stark einfach nur laufen lassen und ganz wenig nachgefragt. Kann natürlich auch sein, dass man nicht beeinflussen möchte. Aber dann kann man ja trotzdem erst mal erzählen lassen und dann in einem zweiten Schritt irgendwie nachschärfen, um möglichst das Beeinflussen zu minimieren. Ist hier leider alles so nicht so passiert. Ja, es ist immer die Balance, zwischen keine Suggestivfragen oder Struktur tötet sozusagen vielleicht auch den eigenen Erinnerungsverlauf dann ab, wenn man da immer sozusagen unterbricht. Andererseits hat man dann eben nur diese Versatzstücke und es kommt auch immer noch darauf an, wie oft sie das schon erzählt hat. Das spielt ja auch alles mit rein. Da geht jetzt der Interviewer auch nicht darauf ein. Oder sie selber sagt auch nicht, okay, ich habe das schon erzählt und dann, dass sich das dadurch noch verändert. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man natürlich bei so Zeitzeugen oder Zeugeninterviews dann auch noch bedenken müsste. Ja, ich kenne das ja auch selber aus der interviewenden Perspektive. Keine Ahnung, wenn man da auch keine Ausbildung hat, habe ich ja auch nicht, macht man da wahrscheinlich auch automatisch vieles falsch. Ich finde, West macht das normalerweise sehr, sehr gut. Hier in diesem Fall hätte ich einfach noch ein bisschen mehr mir an Details gewünscht. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich habe insgesamt, war das für mich eine glaubwürdige Person erst mal. Also ich glaube, die hat das wahrscheinlich so erzählt, wie sie es erinnert und erinnert es wahrscheinlich ungefähr so, wie sie es auch subjektiv erlebt hat. Ja, dem würde ich beipflichten. Ja, und das heißt natürlich, wir kommen wieder auf die Situation, wir haben hier einen Fall, der besonders interessant ist aus meiner Sicht, weil viele beteiligte Personen. Also es ist wieder eine Sache, wo man, wo ich jedenfalls für mein Gefühl sagen kann, okay, irgendwas muss da schon vorgegangen sein. Es ist für mich nicht glaubwürdig, mir jetzt vorzustellen, dass über einen längeren Zeitraum von fast einem Jahr und dann unter Beteiligung verschiedener Personen, Familienmitglieder, aber auch Außenstehender, wo man sich so irgendwie im, ja, dass ich das alles auf so einer Ebene von Verwechslung und dann hineinsteigern großartig abspielen kann. Dafür ist es mir schon zu speziell und vor allem natürlich auch schlicht und ergreifend mehrere Personen, die etwas gesehen haben, unter relativ guten Bedingungen in diesem Fall, was es halt eigentlich nicht geben dürfte. Also für mich bleibt hier unterm Strich wieder nur die Möglichkeit, entweder ist wirklich was Seltsames passiert oder das ist schon ein recht umfangreicher Betrugsfall mal wieder. Ich meine, das wäre ja vorstellbar, dass sich so eine Familie da zu verabredet, solche Geschichten zu erfinden. Halte ich persönlich für extrem selten solche Situationen und Dynamiken, wo sowas wirklich passiert. Man hätte da noch den Nachbarn mit reinnehmen müssen, der ja zum Beispiel in der besagten Doku auch vor der Kamera auftritt, wobei man sagen muss, gut, kann ich nicht überprüfen, wer das ist, könnte auch irgendein Schauspieler sein. Aber das war damals in der lokalen Zeitung, da kennt man die Personen, also will sagen, mir ist es schwer vorstellbar, das als Betrugsfall unterzubringen in meinem Kopf. Weiß nicht, was du dazu sagst. Na, ich würde die Familie oder die, also ich kann ja auch nur erstmal mein Bauchgefühl trauen, der Frau, die interviewt wird, dann trauen und diesen Beschreibungen der Familie insgesamt, das kann für mich alles plausibel sein, dass sie das so gesehen haben. Ich würde eher den Nachbarn sozusagen, der da mit reinkommt, da passt für mich einiges irgendwie nicht zusammen, beziehungsweise es würde dann außerhalb meiner Vorstellungskraft sozusagen liegen. Was dann ja auch noch, da kommt ja das, was ich am Anfang erwähnt hatte, dann noch zusammen, dass er eben, ja eine andere Art, also als jetzt die Frau eine andere Art Begegnung hat, also er sieht sozusagen, das Viech verschwindet ja, er beschreibt es auch anders und dann sieht er es auch, das ist nachher hier im letzten Absatz, auch in Bezug auf das Interview, sieht er sozusagen so ein spezielles Feld oder einen speziellen Bereich des Feldes, aus dem das Tier dann heraustritt und auch dort verschwindet, wie durch einen, ja, mehr oder weniger unsichtbaren Eingang. Das ist so ein bisschen, da bin ich raus. Also da, da müsste ich dann jetzt genau, also da brauche ich sozusagen ganz klar Beweise, dass andere können für mich, ja, soweit erstmal glaubhafte Schilderungen sein von Begegnungen und von, Sichtungen, aber das ist natürlich, dann trifft es irgendwie dieses, ja, diesen Bereich, der dann eben auch ins, in den Supernatural-Bereich dann erst recht reingeht und mit dem Zusatz noch, dass er ja, deswegen hatte ich am Anfang erwähnt, warum er den Namen nicht, im Gegensatz zur Familie, den offiziellen Namen ja nicht, benutzen will, dass er eben ganz stark von den Medien belagert wurde und dann gibt es hier auch noch ein Passus, dass er auch von Offiziellen besucht wurde und ihm dann nahegelegt wurde, dass er da nicht mit den Medien drüber sprechen solle. Ja. Ja, das ist für mich, das ist natürlich auch ein Narrativ, ein typisches, es kann natürlich, ja, also kann auch wahr sein, klar, aber es ist halt so, da brauche ich dann auch wirklich nochmal Beweise, außer bis, also über diese Aussage des einen Nachbarn hinaus. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das vergessen konnte, wir müssen es vielleicht nochmal erwähnen, dieser Roy hat eben in einem Interview erzählt, dass er bei späterer Gelegenheit, ja, er hat es beschrieben, er hat sozusagen einen Bereich in der Landschaft, sage ich jetzt mal, gesehen, den er beschrieb, wie das Flimmern in der Hitze von Luft, so ein bisschen der Predator-Effekt vielleicht und durch dieses, durch diesen Bereich, durch dieses Portal, nenne ich es jetzt einfach mal, hat er nicht nur Bigfoot, sondern auch andere Kreaturen, wenn ich es richtig verstanden habe, kommen und gehen, das weiß ich gerade gar nicht mehr, kommen und gehen oder nur kommen sehen. ist, ist, denke ich, stepping out, also viel von stepping out gesprochen und dann, step back into the, ja, und dann in Anführungsstrichen doorway, oder, ja, was so aussah wie, wie ein Eingang sozusagen. Nennen wir es Portal. Das ist natürlich wieder das, ja. Also, und deswegen wundere ich mich auch gerade so, dass ich es vergessen konnte. Ich habe mir nämlich extra eine geistige Notiz dazu gemacht. Hier müssen wir jetzt tatsächlich noch mal kurz zurückkehren zur Skinwalker-Range. Deswegen hatte ich sie vorhin auch schon so ein bisschen, auch schon eingestreut. Denn jetzt begegnet uns wieder ein Name, den du inzwischen auch kennst, nämlich der gute alte Dr. Eric Davis. Der war ja einer der Leute, die in den 90ern im Auftrag von Robert Bigelow auf dieser Ranch zugange war. Und der war derjenige, der, oh Gott, jetzt, jetzt bin ich gerade peinlich berührt, weil jetzt weiß ich gerade nicht mehr, ob er derjenige war, der es gesehen hat durchs Nachtsichtgerät oder ob er derjenige war, der mit dabei war. Zwei Leute waren draußen, haben ein Nachtsichtgerät gehabt, eins und einer hat dadurch etwas gesehen. Ich glaube, es war sogar Eric Davis selbst. Bitte seht es mir nach, dass ich jetzt so ein bisschen ungenau bin. Spielt aber im Kern der Sache jetzt auch nicht so die große Rolle, ob es jetzt Eric Davis war oder sie haben ein Portal gesehen, sich öffnen sehen und da eine Bigfoot-artige Kreatur durchkommen, angeblich. Ist natürlich eine komplett verrückte Geschichte aus normaler Perspektive. Reine Science-Fiction-Fantasy-Bereich sozusagen wird da angetriggert. Aber weil es diese Parallele gibt, wollte ich es doch erwähnt haben an der Stelle, wo eben unser Roy von etwas recht Ähnlichem berichtet. Also es ist nicht ganz so im Fall der Skinwalker Ranch wurde das mehr so tatsächlich wie so eine Tunnel-artige Struktur beschrieben und hier, so wie Roy es jetzt beschreibt, sehe ich da mehr so was wie so eine fast so ein bisschen wie bei Stargate, wo du so eine Fläche halt einfach hast, wo du reingehen kannst. Aber unterm Strich auf jeden Fall ähnliches Konzept, würde ich sagen. Deswegen wollte ich es noch mal erwähnt haben. Ich kann auch nachvollziehen, dass du da besonders skeptisch bist. Ich meine, das ist auch das mit dem mit den zwei vorherigen Begegnungen, die er hatte, die wir geschildert haben. Das ist natürlich schon was anderes, als einfach nur eine riesige Gestaltung, wirklich ein riesiges Tier zu sehen. Man muss aber sagen, gerade auch diese Gedanken, vermeintliche Gedankenübertragungssache, das ist was, davon berichten die Leute halt einfach. wenn ich halt ihnen zugestehe, es ernst zu nehmen, wenn sie sagen, sie sehen eine riesige Gestalt, dann bin ich halt dann irgendwo auch in der Tendenz, sehe ich mich in der Pflicht, ihnen auch zumindest zuzuhören, wenn diese Gestalt dann etwas macht, was halt für mich gar nicht mehr so richtig im Bereich des Glaubwürdigen eigentlich liegen würde oder des Wahrscheinlichen. Also will sagen, es ist irgendwie da schwer für mich, da eine Abgrenzung zu finden. Die einzige Beobachtung, die ich da beisteuern kann, ist, dass sowas tatsächlich immer mal wieder von Leuten kommt und zwar auch oft von Leuten, die ich zumindest bis zu diesem Moment als genauso psychologisch stabil und glaubwürdig wahrgenommen hätte, wie halt jede andere durchschnittliche Person auch. Ich will sagen, solche Storys kommen jetzt nicht nur von Leuten, wo man dann eh vielleicht schon vorher das Gefühl hatte, da ist irgendwie, passt was nicht. Ja, keine Ahnung. Gleichzeitig sind wir natürlich in dem Bereich, dass hier was passiert, in der Wahrnehmung einer Einzelperson, in diesem Beispiel. Und das ist natürlich per se unzuverlässiger, ist klar, als wenn es jetzt mehrere Einzelpersonen unabhängig voneinander berichten, beziehungsweise überhaupt mehrere Personen berichten. Also, wer weiß, ich weiß es natürlich auch nicht, aber dieser Roy scheint dafür irgendwie anfällig gewesen zu sein, was auch immer jetzt dahinter steckt, ob es sich um darum handelt, dass die tatsächlichen Erlebnisse, die da wohl schon zugrunde liegen müssen, würde ich jetzt mal sagen, irgendwie seine Imagination angeregt haben, bin ich auch fühle ich mich auch immer nicht wohl mit solchen Vermutungen, weil es so gar nicht meiner eigenen Erfahrung eigentlich entspricht. Oder ob er da wirklich was erlebt hat oder keine Ahnung. Ich brauche mich ja nicht mehr dafür entschuldigen, dass ich das Rätsel Lösung nicht kenne, das wissen die Leute ja inzwischen auch. Ja, zumindest für mich bleibt am Ende das Fazit sozusagen, dass ein weiterer Fall dazu kommt, der nochmal ein paar Sachen anders schildert oder dass da ein paar andere Details vorkommen und da müsste ich jetzt noch weiter tiefer reingehen und auf dem Discord-Server in den Bereich, den dafür abgesteckten Bereich nochmal reingehen, die Dokus noch weiter durchforsten und dann ja, mich persönlich interessiert jetzt auch vor allen Dingen dann dieser Vergleich nochmal zum asiatischen Raum, ob man da jetzt wirklich geschuldet durch die schwierigere Übersetzungslage dann eine andere Ausprägung hat oder ob das kulturell irgendwie anders verarbeitet wird und wenn halt dieser ja zuletzt erwähnte dieser UFO-Aspekt sozusagen, dass dort auch Sichtungen in der Nähe getätigt wurden, die dann also dass man da die Verbindung wieder zieht, das ist für mich dann nochmal so ein spezieller Bereich, der ja vorher bei der Familie nicht so auftaucht und nicht touchiert wird, dann müsste man nochmal gucken, warum das später nur bei ihm auftaucht und so weiter und so fort. Das wird am Ende nicht ausführlich genug, glaube ich, hier diskutiert. Was noch fehlt im Repertoire der üblichen Dinge wäre noch, dass sie in den Wäldern irgendwelche Lichter umherfliegen sehen. Das haben wir jetzt natürlich hier nicht gehabt. Ich möchte aber dich gleichzeitig darauf verweisen, es gibt noch eine zweite Folge des schönen Podcasts Sasquatch Chronicles zu diesem Fall und dort wird mit dem Sohn gesprochen. Also was mir aufgefallen ist, dass eine enorme Anzahl an Folgen überhaupt schon bei Sasquatch Chronicles vorhanden ist. Also ein riesen Podcast. Also ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit. Nochmal von mir absolute Hörempfehlung. Das ist einer meiner liebsten Podcasts. Höre ich immer mal wieder, was heißt immer mal wieder, sehe ich immer zu, dass ich da die neuesten Folgen irgendwie gehört habe und habe mich auch schon relativ weit in die Vergangenheit durchgefräst. Habe noch nicht alles gehört, aber wirklich schon vieles. Und ich hatte es ja schon mal angesprochen, ich wäre durchaus interessiert daran, dich dazu zu verleiten, da mal, keine Ahnung, irgendwie einfach mal zehn Folgen oder so zu hören. natürlich nicht innerhalb von einer Woche oder so, einfach mal generell einfach mal zehn, fünfzehn Folgen dir reinzuziehen, weil mich interessieren würde dann mit dir danach nochmal über das Thema zu sprechen, ob sich da für dich irgendwas verändert hat in der Wahrnehmung. In der Zeit, wo ich die als Lazy Luke die zehn Folgen durchgearbeitet habe, da schaffst du bestimmt einen Kontakt zu den Podcast-Machern herzustellen und ein kleines Interview zu arrangieren und hast noch genug Zeit, so ein bisschen deinen Kentucky-Slang und so weiter anzupassen, dass du dann auch die Gäste dort verstehst. Und dann kommst du so als Deutscher sozusagen mit dem Blick, dem europäischen Blick, da kommst du auch mit rein in die Sendung. Das wäre für mich das Highlight. Mein teuflischer Plan ist wahrscheinlich klar. Ich habe dir die zweite Folge mit Absicht verschwiegen in der Hoffnung, dass es dich so sehr interessiert, dass du jetzt animiert bist, sozusagen den Teil, wo sie mit dem Sohn sprechen, noch zu hören und das vielleicht als Einstieg dir dient, in diese Welt einzutauchen. Das war so in meinem Kopf. Ja. Kannst du ja mal. Okay. Und wenn du das mit dem, mit der Podcast-Kontaktaufnahme dich machst, dann möchte ich dich in dem Ghillie-Suit mal durch deinen privaten oder ... Das können wir machen. Also ... Dein Haus umliegenden Bereich auflauern. Das können wir machen. Dass du da einfach mal ... Ja. Ist auf jeden Fall ... Das Pavel bestimmt auch mit dabei. ... gewinnbringender als ... Also ich wüsste jetzt nicht, was ich mit ... Ich würde mich durchaus gerne mal mit Wes Anderson unter ... Wieso nenne ich den eigentlich immer Anderson? Heißt der überhaupt so? Wes Anderson ist noch Ja, das denke ich auch gerade. Das ist doch ein Regisseur. Was ist hier los? Der heißt auf jeden Fall Wes, wie auch immer der Nachname ist. Mit dem würde ich mich schon gerne mal unterhalten, aber nicht wirklich für eine düstere Plausch-Sicht, ein Interview, weil das müsste ich ja mit dem auf Englisch führen. Und ich glaube, daran ist der Bedarf sehr, sehr gering an englischem Inhalten. Ist jedenfalls so der Eindruck, den ich so habe, dass die Leute, die uns gerne zuhören, schon ganz froh sind, dass wir auch Teile dessen sozusagen aus der anglophonen Welt hier für sie herübertragen ins Deutsche. Ja, okay. Dann haben wir doch wieder ein bisschen was geschafft. Ich habe natürlich, wie gesagt, die Hoffnung, dich da jetzt ein bisschen angefixt zu haben. Liebe Zuhörerschaft, ich werde natürlich mein Bestes geben, Lazy Luke da so lange mit auf die Nerven zu gehen, bis er denn da auch mal einknickt. Ansonsten, erst mal vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Und ich sage, reingehauen. Adios.